Ich finde das Verhalten der Presse nicht hilfreich, wenn Journalisten meinen, sie müssten Politik machen, statt Politik zu erklären. Wer ist Putin für Sie? Ich streite mich gerne, aber zivilisiert. Jemand hat das gesagt, mit Florett gerne, aber nicht mit dem Holzhammer. Ich bin Gott sei Dank so erzogen worden von meinen Eltern, dass das, was ich herausgefunden habe, richtig ernsthaft, nicht nur so, dass ich dazu auch stehen soll, auch wenn alle anderen drumherum etwas anderes meinen. Wenn man intelligent, sinnvoll, angemessen handelt oder handeln will, dann muss man vorher erst mal was verstehen, aber nicht den Mund halten. Dann überlässt man die richtigen Themen den falschen Leuten. Dieses Interview von 2015 darf nie in Vergessenheit geraten. Leider sind Interviews mit Querdenkern wie Frau Krone-Schmalz, die die Regierung kritisch hinterfragen, heutzutage in den Mainstream-Medien immer seltener zu finden. Es scheint, dass es nicht mehr gewollt ist, die Meinung von Andersdenkenden zu hören, was bedauerlich ist. Stattdessen werden wir heute oft nur noch mit einem Einheitsbrei und gleichgeschalteten Medien konfrontiert. Frau Krone-Schmalz, Sie werden betitelt hauptsächlich mit Putin-Versteherin. Wie sehen Sie sich selbst in dieser Rolle? Ich finde es zunächst mal merkwürdig, diese semantische Umwidmung des Begriffes Verstehen, so in großen Teilen der veröffentlichten Meinung. Ich habe folgendes Verständnis von Verstehen. Das hat nichts mit Verständnis für zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man etwas versteht überhaupt. Weil ich denke, wenn man intelligent, sinnvoll, angemessen handelt oder handeln will, dann muss man vorher erst mal etwas verstehen. Warum ist die Debatte so emotional? Fragen Sie die, die es so emotional machen. Was denken Sie, warum? Es ist total aufgeheizt. Ich finde es unangebracht. Ich finde es auch gefährlich. Und ich habe in meinem Buch versucht, ohne Schaum vor dem Mund, einfach mal Zusammenhänge klar zu machen und wirklich darauf Wert zu legen, dass man Hintergründe und Zusammenhänge so versteht, dass man nicht Verständnis dafür hat. Ich habe auch überhaupt keine Ambitionen, irgendetwas rechtfertigen zu wollen. Aber ich muss verstehen, was Sache ist, damit ich vernünftig handeln kann. Sonst mache ich Fehler. Ist der Putin so eine Reizfigur, dass das dann steht? Ja, offensichtlich. Das ist ja auch meine These. Wenn man ihn in seiner ersten Amtszeit ernst genommen hätte, mit seinen wirklich Signalen in Serie Richtung Westen, dann hätten wir uns möglicherweise viele Situationen sparen können. Aber der Fehler war, man hat ihn nur als KGB-Funktionär wahrgenommen. Und nicht darauf geguckt, was er politisch machte. Und das war in der ersten Amtszeit hoch ambitioniert und sehr positiv Richtung Westen. Da ist jetzt nichts mehr von übrig. Es kam ja von Putin, es kam von Moskau in seiner ersten Amtszeit sozusagen die vertrauensvolle Hand. Wenn Sie sich erinnern an die Rede, die er im Bundestag gehalten hat, wie viel Offenheit, wie viel Ehrlichkeit, wie viel Offenheit da auch zutage kam. Da gab es stehende Ovationen im Bundestag. Aber ernst genommen hat man das im Endeffekt dann nicht. Auch die Vorstellungen, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu machen, eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur aufzubauen, das wäre sinnvoll gewesen nach dem Zerfall der Sowjetunion und nachdem Deutschland zusammengewachsen ist. Weil da war die sicherheitspolitische Lage natürlich eine etwas andere als vorher. Warum ist der Westen so, tut er sich so schwer zu begreifen? Gutes Forschungsthema. Es läuft auf Interessen hinaus, denke ich, die man benennen muss und denen man nicht humanitäre Deckmäntelchen umhängen darf, damit sie besser aussehen. Es hängt mit Relikten aus dem Kalten Krieg zusammen, ganz sicher. Die sind nicht so schnell weg, die Feindbilder. Und es hängt, fürchte ich, auch mit strukturellen Veränderungen im Journalismus zusammen. Es muss alles immer schneller gehen, es darf nichts kosten und der Mainstream zieht und zofft. Das hat nur mit Themen oder mit Ernsthaftigkeit und mit verantwortungsvoller Berichterstattung nicht mehr viel zu tun. Was würden Sie sagen, was unterscheidet Sie ganz persönlich im Zusammenhang von vielen anderen Kollegen, die anders arbeiten? Ich traue mich. Und ich bin frei. Und die anderen trauen sich nicht oder wollen sich nicht trauen? Das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, warum ich so arbeite. Ich bin Gott sei Dank so erzogen worden von meinen Eltern, dass das, was ich herausgefunden habe, richtig ernsthaft, nicht nur so, dass ich dazu auch stehen soll, auch wenn alle anderen drumherum etwas anderes meinen, und auch dann, wenn die Gefahr besteht, vor falsche Karren gespannt zu werden. Weil das darf einen nicht davon abhalten, Dinge, die man als richtig erkannt hat, auch zu sagen. Man muss nur aufpassen, dass man sich eindeutig unterscheidet, dass man sich distanziert. Aber nicht den Mund halten. Dann überlässt man die richtigen Themen den falschen Leuten. Frau Gabriele Krone-Schmalz hat recht, wenn sie sagt, dass die wichtigen Themen oft den falschen Leuten überlassen werden. Dies trifft insbesondere auf die gegenwärtige politische Landschaft zu. Frau Baerbock, die Deutschland im Ausland vertritt, gehört meiner Ansicht nach definitiv zu den falschen Personen. Unsere Außenministerin könnte viel von Ihnen lernen, ebenso wie die gesamte öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die oft als verlängerter Arm der Regierung agieren. Die heutigen Journalisten könnten sowohl von Ihnen als auch von Peter Hane viel lernen. Es beginnt mit einer grundlegenden Haltung, Rückgrat zu zeigen, mutig Nein zu sagen und ehrliche Recherchen durchzuführen, anstatt kontinuierlich Propaganda gegen Andersdenkende und vermeintlich Rechte zu verbreiten. Bei Gorbatschow hat es nur Signale gegeben, die positiv waren. Gorbatschow hat nie auf seine Personen Rücksicht genommen. Das hat man ja dann nachher auch gemerkt. Ich fürchte, es ist Folgendes gelaufen. Der Respekt, den man noch gehabt hat zu Zeiten der Sowjetunion, der ist verloren gegangen. Und man hat Russland dann quasi auf die Verliererstraße geschickt. Das war ja nur noch mehr oder weniger Konkursmasse. Und es ist sehr symptomatisch, wenn Menschen sagen, wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Weil ein Kalter Krieg ist nur dann vorbei, wenn sich beide Seiten als Gewinner fühlen dürfen. Sonst ist der Kalte Krieg nicht vorbei. Das merkt man ja jetzt auch. Es hätte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, quasi zu Gorbatschows Zeiten, nach Gorbatschow, hätte es dringend einer neuen Sicherheitsarchitektur bedurft. Und es gab auch viele Menschen, die darauf hingewiesen haben. Das hat sich nur leider politisch nicht durchsetzen können. Und das rächt sich jetzt immens. Ich denke, es ist ein absolut, wirklich ein grundsätzlicher Fehler, Russland nicht mit einbezogen zu haben. Damals haben viele getönt, es gibt keine Sicherheit ohne Russland und gegen Russland schon gar nicht. Das hat man jetzt offensichtlich irgendwie vergessen. Und Europa und Russland ist ja kein Gegensatz. EU und Russland vielleicht, aber nicht Europa und Russland. Sie beschreiben ihn in Ihrem Buch so, dass der Westen ihn wahrnimmt als den KGB-Mann, den Macho, den starken Helden sozusagen. Ich finde diesen Teil persönlich sehr diplomatisch gelungen. Als sie danach gefragt wird, wer Putin für sie ist, zeigt Frau Krone-Schmalz wahre Größe. Sie meistert es, persönliche und politische Ebenen voneinander zu trennen und ihr Ego hintanzustellen. Dies ist echter Journalismus und kein Aktivismus, wie man das heutzutage oft sieht. Wer ist Putin für Sie? Das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich als Journalist wahrnehme, was ein Mensch politisch tut. Was er sagt, was er tut, wie das in der Gesellschaft ankommt, wie er da aufgenommen wird. Das ist wichtig. Ob ich Putin unsympathisch, sympathisch oder wie auch immer finde, ist völlig unerheblich. Aber wie nehmen Sie ihn? Das ist nicht wichtig. Nicht persönlich, nicht als Mensch, sondern als politische Figur. Als politische Figur in der ersten Amtszeit als Riesenchance. Heute ist Putin nach meiner Einschätzung eine ganz andere politische Figur als in seiner ersten und zweiten Amtszeit. Meine These ist, dass, wenn vom Westen Signale, die aus Moskau gekommen sind, von Putin im Wesentlichen, aufgenommen worden wären, wenn dieses Land mit seiner politischen Führung den Eindruck hätte haben können, dass es ernst genommen wird, dann hätte sich die Gesellschaft, meine These, anders entwickelt, als sie sich entwickelt hat. Weil sich eine Gesellschaft freier, unbefangener, auch experimentierfreudiger zeigen kann, wenn sie sich eingebettet fühlt. Wenn sich Menschen akzeptiert fühlen und wenn sie nicht hinter jeder Mauer irgendwie vermuten, oh, da ist ja einer, der mir böse will. Und die Erfahrungen, das ist ja nun mal so, die Erfahrungen, die man nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Russland gemacht hat, sind unter anderem, dass die Menschen dort gnadenlos über den Tisch gezogen worden sind. Und es war eine so spürbare Begeisterung für den Westen und eine so für mich kaum nachvollziehbare Bereitschaft, alles aufzunehmen, was aus dem Westen kommt, auch wenn es sich im Endeffekt für das Leben der Menschen dort negativ ausgewirkt hat. Das aufzufangen, das anzunehmen und dabei dann zu helfen und nicht zu gucken, wie man am besten was rauszieht und sie eben nicht ernst zu nehmen. Das ist für meine Begriffe der große menschliche und politische Fehler, der gemacht wurde, vom wirtschaftlichen gar nicht zu reden. Würden Sie sagen, trotz allem der Kalte Krieg ist vorbei? Das ist immer so eine Frage, da müsste man jetzt dann definieren, was war der Kalte Krieg, wodurch zeichnet er sich aus, welche Kriterien, was ist jetzt heute? Was ich entscheidend finde, ist, dass man von dieser Konfrontation runterkommt. Es ist ja nur noch Konfrontation und diejenigen, die von Kooperation reden, die kriegen sofort so ein Etikett an die Backe, ja, das ist ja Schwäche. Oder man muss jetzt Härte zeigen, eine andere Sprache versteht ja Moskau nicht. Das finde ich, ich versuche gerade es höflich auszudrücken, das ist eigentlich dumm. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die militärische Präsenz auf der Krim zwar dem Völkerrecht widerspricht, gründen das auch, sagen aber trotzdem, es ist keine Annexion. Ist es eine Annexion? Wenn Sie mir das nochmal erklären. Das mit der Annexion ist ja fast ein Nicht-Lieblingsthema geworden, nein. Also, wenn man Annexion definiert, Annexion zeichnet sich dadurch aus, dass eine räuberische, gewaltsame Landnahme passiert gegen den Willen der dortigen Bevölkerung. Das ist ja auf der Krim nachweislich nicht der Fall. Selbst diejenigen, die von Annexion reden, die geben ja wenigstens zu, dass die Stimmung auf der Krim so war und ist, wie sie war und ist. Im Übrigen gibt es interessante Zahlen eines unabhängigen amerikanischen Meinungsforschungsinstituts, die das auch belegen. Der Punkt ist, wenn man Annexion benutzt, hat das ja völkerrechtliche Konsequenzen. Denn Annexion ist der einzige, außer Völkermord, der einzige Punkt, der die internationale Gemeinschaft dazu ermächtigt, militärisch einzugreifen. Und wenn Sie gestatten, vielleicht ein Beispiel, wie ich Journalismus verstehe. Wenn in der Politik immer gesagt wird, das Völkerrecht gibt der Krim-Bevölkerung nicht das Recht auf Sezession, dann stimmt das. Aber der Schluss daraus, deshalb ist die Sezession völkerrechtswidrig, der stimmt eben nicht. Denn Sezession kommt im Völkerrecht überhaupt nicht vor. Das hat doch Gründe, die muss man jetzt nicht auseinandernehmen, unter anderem, weil es dem Selbstbestimmungsrecht widerspricht. Und das kommt im Völkerrecht vor. Es kommt einfach nicht vor. Dass Politiker so argumentieren, das kann man ja noch nachvollziehen. Aber Journalisten sind dazu da, das nicht nachzuplappern, sondern zu erklären, dass es so nicht ist. Es ist komplizierter. Wie bewerten Sie die Rolle der Presse heute? Wie verhält sich die Presse insgesamt? Ich finde das Verhalten der Presse nicht hilfreich, wenn Journalisten meinen, sie müssten Politik machen, statt Politik zu erklären. Ich finde Journalismus und Medien nicht hilfreich, wenn von vornherein Etiketten verteilt werden, das ist gut und das ist böse. Das hilft ja nicht. Denn wir wollen ja nicht in den Geruch kommen, eine Art von Presse zu betreiben, die wir anderen vorwerfen. Noch ein Wort zu Nemtzer vielleicht. Was war Ihre erste Reaktion, als Sie es gehört haben? Wer benutzt das wie, für welche Seite? Ehrlich, meine erste Reaktion, oh Gott, und das in der Situation, jeder wird ihn instrumentalisieren. Also insgesamt ist für mich tatsächlich besorgniserregend, dass so ein Begriff wie Verstehen so eine Umdeutung erfährt. Und dass es wirklich relativ wenig Menschen gibt, die darauf hinweisen, also Verstehen hat ja nichts mit Verständnis zu tun, Verständnis für, sondern etwas verstehen. Und wenn das als negatives Etikett für journalistische Arbeit betrachtet wird, oh Hilfe, also das hatte ich von unserer Gesellschaft nicht erwartet. Haben Sie eine Vorstellung, warum das so ist? Gute Frage. Wahrscheinlich eine Gemengelage aus allem Möglichen. Keine Ahnung, aber sicher kein gutes Zeichen für den Zustand einer Gesellschaft, was Zivilcourage angeht, was Unabhängigkeit angeht. Was Querdenken angeht, ich streite mich gerne, aber zivilisiert. Jemand hat das gesagt, mit Florett gerne, aber nicht mit dem Holzhammer. Schöne Schlusswort, vielen Dank. Gut. In letzter Zeit stoße ich immer häufiger auf YouTube und TikTok-Kanäle, wo Deutsche oder auch Russlanddeutsche von ihrer Auswanderung nach Russland berichten. Von Singles, Pärchen oder gar ganze Familien ist alles vertreten. Selbst Unternehmen wandern dorthin aus. Teilweise erzählen sie amüsant und mit einem funken Sarkasmus, wie es ihnen dort geht und wie es sich anfühlt, Deutschland hinter sich zu lassen und in dem bösen Russland zu leben. Denn laut unseren Medien gibt es kaum etwas Schlimmeres wie den angeblichen Diktator Putin und Russland. Von der aus meiner Sicht einseitigen Berichterstattung fange ich erst gar nicht an. Wir müssen Putin ja mit Sanktionen bestrafen, was ihm und Russland keineswegs schadet. Sei es drum, Gabriele Krone-Schmalz ist eine hervorragende Journalistin und ich befürchte, dass meine Generation und die nach mir sich damit abfinden muss, dass diese Art von Journalismus aussterben wird.